Wetterextreme, Gesundheitsgefahren, Energieknappheit und eine zunehmend diversere Migration stellen unsere Region und die Kommunen vor große wirtschaftliche und soziale Herausforderungen. Bei dieser Konferenz und besonders im Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft lernen Unternehmen, Verbände, Vereine, Kommunen und Städte hier in Hessen und darüber hinaus Beispiele von Genossenschaften und sozialen Unternehmen kennen, die diese Herausforderungen annehmen und meistern. Der Erfahrungsaustausch über effektive Rahmen- und Förderbedingungen hilft hier sehr schnell wirksam zu werden und strategische Partnerschaften anzubahnen, die dann wissenschaftsbasiert argumentieren können.